Hi, heute werde ich viele, viele bunte Gemüse und Obstsorten in Einklang bringen. Seht ihr, hier ist die Klangschale. Hier habe ich Pfirsiche, Aubergine, dann habe ich hier Lauchzwiebel, Karotten, Schnittlauch, Zucchini, Äpfel, lila Zwiebel, Tomaten, Erdnüsse habe ich dabei, das alles auf Kokosfett mit Kokosmilch, ein paar geheime Zutaten und ich werde auch einige Herzen zum Schmelzen bringen. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen, hab einen schönen Tag, bis bald.